Hallo und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego Unterhaltung mit meinem Thorsten. Hallöchen. Wie ihr seht, haben wir schon ein bisschen die Insel gebaut, ein bisschen vom Rumpf. Jetzt geht es mal mit Tüte 3 weiter. Mal schauen. Es gibt auch noch eine. Auch noch eine. Wobei da ist eine, zwei Tüte drin. Also wenig ist es nicht. Wieder Kleinschuld. Kleinschuld. Gebraucht hat. Können wir auf einen hoffen. Oh je, Fenster. Das sieht nach Fenstern aus. Oh ja, Fenster. Yeah, Fenster. Ja gut, dann hole ich erstmal wieder dazu. Sonst geht es gar nichts. Die nächste Pirate wird gebaut. Oh, eine Frau. Tatsache. Eine Frau. Ich habe schon gedacht, gerade hin. Aber soll es ja auch geben. Ja. Das ist ja nicht sexistisch oder so. Wenn Frauen auf hohe See fahren sollen, sollen sie das tun. So sogar. In der Zeit kümmere ich mich schon mal hier um. Das ist die Dinge. Wenn ein Hund hört, dann ist das leider unser Gesicht. Ach, das stellt er nicht. Hast du schon? Jo, ich bin fertig. Ich jetzt auch. Jawoll. Doppelläufig. Ja genau. Zwei starke Argumente. Nein, das habt ihr nicht gehört. Fünf Euro. Ja genau. Fünf Euro, die gibt es. Sondern die war das noch. Genau. Dann ist das her. So. Die gucken nach innen, dann sollen sie auch nach innen gucken. Du bist da drüben schon. Zu Not einfach abzählen. Hat noch immer am besten funktioniert. Hoppla. Hoppla. Ein Schiff, das kentert. Und wieder bei Sponge Problem. Hoppla. Du brauchst schon eine Menge. Hoppla. Du brauchst schon eine Menge. Hoppla. Ich würde sagen, das kommt hier rein. Genau. Hätte ich jetzt auch wieder. Ja. Weil du schließt genau von dem Schwarzen ab. Ja. Ja was. Ja. Das ist doch logisch. Denk doch mal an. Ja. Kommt das jetzt. Ja. Ja. Sehr gut. Gibt es vier frei. Ja. Ja. Und ich koppel schon die Tür hinein. Aber komisch, dass dann hier was fehlt. Ja. Das muss ja auch. Du zählst ja auch. Ah ja. Ja. Alles gut. Okay. Weitermachen. Ja. Guck mal. Vorhin haben wir Fässer gebaut. Jetzt schicken sie sie dazu. Ja. Ja. Sonst hast du. Das brach man richtige Fässer auch. Aber in so nicht. Ja. Wirklich. Dann wollte ich auch richtig. das sieht gut aus ja ja zweimal also ja jeder für sich gut für uns alle zeit läuft ja auch viele beraten schätze die unten sind wo die nicht wissen wo die gelandet sind insofern es überhaupt welche gab es gab welche auf jeden fall ja meine piraterie gibt es ist keine frage aber das ist halt ich denke mal anders als wie man sich in geschichtsbüchern so vorstellen heutzutage versteht man unter was machen die drei mal das und der piraterie er irgendwie öl tankern beschlagnahmen oder so hat es natürlich auch mit der zeit gewandert das meine ich ja da gab es noch gar nicht so lange her so eine zeit und dass er akut war ja richtig wo sie noch sogar nicht haben was wir machen können die haben wir auch schon damals geisel genommen und dann gegen lösegeld rausgegeben sollten wir auch mal jetzt glaube ich gutes konzept geisel nehmen gegen lösegeld so was funktioniert nie also früher hat es funktioniert ja da hast du noch was ich nicht so die forensik gehabt wie heute und die polizei arbeitet ja oder überhaupt die strafverfolgung arbeitet heute ja ganz anders als damals und heutzutage hat es nicht mehr mehr fuß ins andere land setzen und da weiß google schon wo man ist apple oder microsoft oder wer auch immer alles nicht so einfach habe ich das falsch rum was habe ich das falsch rum drauf glaube ich ja dann wird das ein bisschen schräg ist so das sind die aufstiegs leitern ja dann sieht es besser aus irgendwann habe ich falsch gemacht ja du hast ja ich glaube das muss einfach nach hinten kann man sagen das muss nach hinten ja dann gibt es doch ja okay gleich anders was ja no dann kommt das da hin ja ne so genau cool ja jetzt ist jetzt ergibt es ich habe Sinn gemacht sehr gut böse böse einfach so Sinn machen so so dann kommt das da hin und dann das da hin dann daneben und dann daneben und dann daneben Zeichen ja und die kommen wir mal nur her da drauf ach ah ja genau ja mit das höher werden ne jetzt kommt das innere vom Schiff ja das geht ans eingemachte quasi ja heute das kommt dann da hin und noch einen anderen Riefen an ich bin ja auch immer schön an Lego die waren das aber sehr detailliert es ist immer wieder interessant wieso es entsteht egal welches Set es jetzt ist klar Piraten sind selten geworden ich habe immer wieder mal gehört dass sich Leute Piraten-Sets wünschen gerade für Lego ja wirklich ich glaube damals ein bisschen anders deswegen gab es ja auch wieder diese Aktion dass da jemand online gestaltet hat und ja vielleicht war das auch einfach mal einer der gesagt hat es muss mal wieder was her also wenn ihr es haben wollt das stimmt auch dafür sonst wäre es ja Blödsinn wenn die Leute sagen und wollen es sagen aber ne jetzt dafür stimmt tue ich aber nicht das ergibt ja keinen Sinn das muss man dann auch mal vertreten so was wo kommt das denn dann das kommt da unten rein können wir gehen wir das mal ganz kurz weg und daneben ok so ja schon ähm ja das kommt so rum die Bürgern sieht alles hoch aus ja zu meiner Zeit Monkey Island in der neueren Zeit ist da Fluch der Kerlin ja genau Fluch der Kerlin gibt ja auch schon vier Teile der fünfte ist immer noch an einer schlechter als einer ey ich habe sie nie ganz gewonnen ich glaube bis zum Teil 3 bin ich gekommen und da war schon merkwürdig das ist aber auch ewig her von daher ähm und Ich glaube, ich muss den Brief austauschen. Achso, den Sieg. Hast du den Fall nicht? Ja, ich dachte, die hätten sich vertan, aber ja. Damals gab es noch keinen Postgeheim. Da gab es noch weiße. Jetzt kochen die schon 12, habe ich. Das Ganze noch zweimal. Jetzt wollte ich auch schon hier betten. Die Meute. Früher hatten sie ja eigentlich nur so Netze. Ja, so hängermachenmäßig. Ja, weiß ich. Wenn sie ganz brav waren durften, ist es sogar unter Deck bei den Fässern pein. Genau. Hast du mal Meuterei auf den Baum zu dem Film? Ja, natürlich. Der ist toll. Der ist wirklich gut gemacht. Du weißt ja, glaube ich, auch mehrere Verfilmungen. Da gibt es auch mehrere. Ja. Wie ist er oft leider? Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Keine Ahnung. Ich und Schauspieler, weißt du ja. Ja. So, ich bin auch gleich soweit. Und zwar jetzt. Ja, ich muss genau gucken, wo meine Goids. Ja. Guckst du. Guckst du. Guckst du. Kommt direkt an oder? Nee, mit Anfall. Meinst du das in Betten? Das sollen Betten sein, denke ich. Ja. Ja. Was denn sonst? Für die Raden. Für die Raden. Für die Raden. Hm. Kommt auch noch ein mehr dran. Kommt auch noch ein mehr dran. Das ist nicht so frei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, man muss ja genau zählen. Ja, ist richtig. Aber so lange man es auch korrigieren kann, ist ja so. Jetzt kommt nämlich der andere Weg, wirst du? Uff. Okay, du warst ja einmal da. Ja, ich habe es vorhin falsch trummert, also jetzt möchte ich es richtig machen. Ja, ich muss es direkt korrigieren. Ich schätze es nicht. So. Ich bin auch durch. Ach nee, die zwei Linger fällen noch. Wo kommt die hin? Eins kommt da hin ins Bett. Die Eimer, ne? Und der andere kommt hier hinten hin. Auf der anderen Seite, ja. Ja, genau. Den anderen habe ich schon. Hast du die Einer? Ja. Hast du auch hier die Eimer? Nö. Ja, sie ist so richtig. Ich habe einen Eimer hier. Hier ist der Henkel. Los in Karls. Einmal habe ich bei Lego ja auch noch nie gesehen. Das ist... Das muss ich zugeben. Aber... Cool. Die Flosche hast du auch nicht hingestellt. Boah, der hat genau gar nichts. Das ist ja so ein schwarzer Rand. Bei der Grünen übrigens auch. Ja. Ja, richtig. Bei der Grünen auch. So. So. Haben wir jetzt alles? Ich glaube schon. Das? Ja. Das wäre dann merkwürdig. Ja. Jetzt mache ich die Bögen. Die richtigen Bögen. Zwei bei vier. Okay. Da kommt so einer drauf. Zwei bei drei. Und dann. Da. 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 Die Betten. Ah, okay. Da kommen also komische Schuhe hin. Dann zwei Fragen, die Sorge. Ja, wie war Sorge? Und dann kommt die Bache. Sehr schön, sehr schön. Ja? Gefällt dir das auch? Ja, sieht sehr gut aus. Dann bin ich ja beruhigt. Zack. Kerzchen. Piratenhut. Ja. Dann bin ich da einfach nur drauf gesteckt. Ich mache das Schränkchen kaputt. Ja, was du so mühsam aufgebaut hast. Das ist ein Chefkern-UG ist das. Deswegen hat er auch ein riesiges Bett. Das kann auch sein, ne? Ja. Jetzt wird man es wieder drehen, oder? Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen. Hast du hier? Ja, habe ich. Aber ich suche das Gitter. Da ist das Gitter. Achso. Achso, du machst dann ganz anders. Ja, du weißt das doch. War das schon immer so. Ja, sorry. Ich habe gedacht, okay, der holt sich die gleichen Steine. War schon immer so ein Wachter. Thorsten hat alles vergessen. Alles. Das ist auf derselben Höhe wie das. Also kommt das direkt in die Ecke. Jetzt fehlt mir nur ein Riff hier. Der kann nicht auf derselben Höhe sein. Doch ist er. Der andere kommt dazwischen. Jo, irgendwie. Da sind vier Stück, ne? Ja, ich habe gerade nur drei. Oder, nee, da ist der vierte. Der vierte kommt auf jeden Fall dazwischen. Laut. Na, das weiß ich nun nicht. Ist der zu weit innen? Kann nicht sein. Ist der einen nach außen? Nein, der hat jetzt auch extra abgezählt. Nein. Ach nee, kann ja nicht. Dann haben wir ja drei frei. Richtig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, dann ist es so. Aber da sind auch nur drei zwischen. Das sieht schon richtig aus irgendwie, ne? Das muss richtig sein. Das muss richtig sein. Okay. So, dann fehlt der Einlader noch. Das ist aber ein Einlader hoch. Der kommt. Was er dann macht? Nein! Unter die Bank kommt dann noch was. Entschuldigung. Oh Gott. Der Einlader, ja. Ein Einlader ist versteckt. Der verläuft, ja. Ist wahrscheinlich nicht systemrelevant. Der muss trotzdem rein. Der muss trotzdem rein. Der muss trotzdem rein, ja. Ich weiß noch beim Falk, wie viel Steine da übrig geblieben sind. Ja, bei manchen Sets hast du echt ziemlich viele. Und da fragt man sich dann, hat man was falsch gemacht oder hat Lego verwendet? Nee, da hatten wir was falsch gemacht. Bei den beiden. Da liegen auch immer andere übrig. Das ist komisch, ja? Das ist komisch, ja? Und so hat man den gebaut. Das ist eben aufgebaut und immer blieben andere Steine. Ja, wirklich. Das ist komisch, das ist das, was ich hier gebaut habe. Okay, ich bin durch. Ja, das war auch ein Monsterprojekt. Jetzt hatte das knapp 8000 Steine, oder? 7500. 7500. Ja. Noch ein Bratzer quetschen. Zwei Wochen in. Ja, richtig. Zwei Wochen. Aber das war eine Erfahrung. Ich war mit dem Rumpf sowieso gar nicht klargekommen, weil ich das irgendwie immer... Ah. Ja, richtig. Hast du was fallen lassen? Ja, wie gehört. Gut. Und hier nur drauf Blitzchen drauf hinweisen. Ah, jetzt haben wir auch ein Fässchen für das Hähnchen. Ja, jetzt haben wir auch einen Kelch. Okay, nochmal Kerze. Achtmal Fenster. Okay. Ja. Die müssen ja sein. Da. Hä? Das kommt nie in die Kerze. So, eine kommt hier hin. Dann kommt da eine Tasse hin. Dann kommt da ein Glas hin. Ein Kelch, also. Mal gucken. Ach, ich geh jetzt ruhig gar nicht zweimal. Na, ah. So, kannst du schon mal ein Fenster? Ja. Darauf achten, dass das Fenster außen ist. Ja. Und das kann man ganz gut sehen, denke ich. immer vor den weißen Keilen. Ja. Ja. Und nicht immer. Hier fehlt nämlich zum Beispiel eins. Jetzt. Aber kommt eins hin. Ey, was? Warum ist das nicht da? Vielleicht habe ich es durch meinen... abgemacht. Das wäre ja... Ah, vielleicht haben wir das übersehen. Wir haben ja Beweisvideos. Das stimmt. Hast recht. Ach, acht mal das und acht mal das. Okay. Ich hab noch eins für mich verhofft. Hier, das kommt nach innen. Ah ja. Und sowas. Ja, guck mal. Da wird das richtig schön hoch. Hier. Die kommen nach außen. Hier noch richtig. Ganz schön. Ja, aber das bleibt fest so. Und dann holt man das irgendwie raus. Damit man dann das Schiffex separat bauen kann. Ich bin mal gespannt. Wie meinst du das? Ja, das ist hier jetzt der Rumpf. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, das muss man irgendwie wieder von der Insel abmachen können. Damit man das Schiffx bauen kann. Das ist falsch. Ja, stimmt. Die sind nicht auf einer Höhe. Das ist korrekt. Das kommt auf der Schiff. Okay. Meine Seite ist durch. Also, das ist auch der Himmel. Der Finden, hoffe ich. Ach, hab ich nicht gemacht. Okay. Ja, der Finden. Das haben die Gefde jetzt. Oh. Okay. Das schaut so ganz anders aus. Ne? Ne, wollt ihr sagen? Der findet noch. Ich kann doch nicht überkleiden, das glaube ich nicht. Irgendwie da ein Timer. In der Symmetrie erfasst sind. Aber ich habe eine Idee, wo es hin käme. Bestimmt an der Tür. Was meinst du? Zweimal. Hier unten. Weil hier ist auch ein Schweizer drauf. Hier? Zweimal. Weil hier ist auch so ein Schweizer. Da kommt er bestimmt daneben. Ja. Setzen Sie mal. Ja, passt ja. Gleich brauchen wir. Nein, nein. Das war ja das Ende. Achso, sind wir schon durch? Kommt in Tüte 4. Deswegen kam ich ja drauf. Achso, das hatte ich so schnell nicht gesehen. Ja, wieder ein bisschen vom Rumpf. Wie gut ist das? Sehr hübsch. Ich bin mal entspannt. Ich auch. Tja, in dem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Auf der Tüte 4. Ciao. Tja. 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 Tja.